Was Vergebung nicht ist Und nächstes Programm Wo wir reden Was Vergebung ist So Henry Was ist Vergebung nicht Was Vergebung ist nicht Irgendwann Was wir würden daran drehen Und sagen Aber das ist ja nicht Zum Beispiel Der erste Der hat mich weiht Und ich kann Weil ich auch Ich denke mir leid Weil ich diese Städte Dort behandelt habe Aber das ist ja nicht Du probest Streich zu sein Ja Und ich probiere Das aufzuschüben Und ich probiere Das so zu merken Das habe ich auch lang Überstunden In wirklicher Träuchte In meinem Hauptraum So bloß Das Verstärken Das ist nicht Vergebung Okay Ich habe auch Für alle Menschen gehört Ich würde Vergeben Wann Du so und so Das Und da würde ich Seien Dort ist Wirklich nicht Vergebung Dort ist Ein Handel Drieben Wenn du von mir Was liehen Was Im Beispiel Du wirst Kommen Anst Fortig Lieren Dann sage ich Du kostet Brücken Aber du musst Bei denen Den Tiet Klockentiet Mast Oder Träge Bräuch Anders Kostet Nicht Und wenn du sagst Oh ja Bei den Klockentiet Dann kann ich Trägen Dann merkt Wie im Handel Wir haben Ein Verständnis Deriva Und dann Erlaub ich Dort kann Gehen Dort kann Verweich Gehen Aber Das ist nicht Bei Vergebung Arbeiten Dort ist Ein Handel Drieben Und In Vergebung Da würden Einige Menschen Dann sagen Ich wollte Dir Trägen Hören Wenn du Niemals Meist Dort Verständ Und Das ist Das ist Ein Handel Drieben Und Da ist Nicht Vergebung Weil Vergebung Kämpft Ohne Bedingungen Jesus Vergebung Ohne Bedingungen Wie man Vergebung Unbedingungen Wenn Menschen Seien Oh Ich werde Bloß Von Vergebung Wenn Ich Vergebung Dann kann Ich Ganz Von Vergebung Schafft Das Dort In Mein Belief Das Nein Und Ich glaube Nicht Dort In Bibel Das Dort Ist Vergebung Und Vergebung Das sind Drei Verschiedene Dinge Vergebung Da merke Ich Die Lose Von Was Du Mir Du Hast Da Du Misch Mal Entschuldig Aber Du Misch Die Alles Vergebung Haben Weil Die Wund Die Drei Ich Dahe Mache Und Das Belief Das Hab Ich Dahe Mache So Bloß Wenn Ich Vergebung Do Meint Nicht Dass Anbeding Vergebung War Wenn Ich Dann Die Person Wer Weit Wie lange Luta Nach War Trafen War Das Mählich Dass Die Weit Ja Warte Warte Abstehen Dann Würde Ich Vielleicht Die Entscheidung Warte Merken Dem Warte Gegeben Und Das Warte Meint Nicht Dass Ich Det Drei Nicht Gedean Hab Aber Meint Dann Warte Warte Gedean Wo Weit Warte Die Gedächtnis Drei 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 Und Wir Vergebung Das Nicht Anbeding So Leicht Einige Menschen Wurden Vielleicht Dinge Noch Von In Olde De Ram Drei Warte Von Kleiner Haben Aber Die Haben Kost Los Geloten Aber Erst Die Dinge Gedean Warte Drei 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 Ich habe nicht andere, aber wir können fair weich leben, nur wie drei denken und das. Dann wird für das nicht mehr da. Dann ist das ein gutes Ding geworden. Ja, das Gedanke ist, dass wir uns danach ein gutes Ding haben. In Sirentina haben wir drei zwei. Was ist das erste Wort? Dass es nicht mehr passiert, dass es nicht mehr passiert ist oder nichts mehr zu tun hat. Wir haben nicht andere, das ist die Wort. Und das zweite? Das ist so und was ich nicht mit Bedingungen konnte. Keine Bedingungen. Wenn ich dir das zu gut holen habe, konnte ich niemand mehr verschmieden. Das wäre das. Und das dritte ist, wie bloß wenn wir was verjährt haben, meint nicht, dass wir das verjährt haben. Und dort ist dann so ja klar, dass ihr das Wort verjährt nicht. Das ist nicht mit Bedingungen, das ist nicht, dass du bloß rumdrehen, das ist nicht, das ist nicht verjährt. Nächste Weg, dann kommen wir drei und dann vertellen wir zu dir vom Wort erst vier Wochenende. So, bei der nächste Woche, vielen Dankeschön, Tina. Gitteschön. Und zu dir, Historiker, Gott mit dir. COPYRIGHT UNTIL